bleibt sind bereits in der luft so den teil haben wir geschafft eine heilerin und vier windschützen haben wir hier verloren also müssen wir hier setzen als und eine heilerin und vier hiervon und jede menge paladine so der greif wartet schon wohin das wie der wind einsatzbereit wehrt euch schwestern bleibt standhaft die diener der nacht sind hier so der fein produziert immer noch fleißig er hat sogar noch eisern hier oben wildfang bereit und los das heißt wir lassen uns noch ein bisschen zurückfallen und ja ich glaube wir nehmen er stellt sogar hier wieder seine die fensterlein auf auf meinen befehl wir sind in gefahr die leistung ab es sind zu viele der heilerin verloren nicht gut einsatzbereit jawohl alles klar wohin soll ich gehen vorwärts schwestern ja die feuerwerfer und die eisernen loswerden das wird auch wir sind bereits in der luft der nacht sind hier hierin schütze uns paladin elends segen in windeseile bereit für den kampf hierin schenke uns günstigen wind langsam haben wir paladin jetzt haben wir 20 stück müssen wir nur warten bis die hier ankommen und dann müssen wir hier durchbrechen und alles einnehmen so da kommen wir hier sehr viel eisen und sehr viel vorsicht sie sind hier so da kommen unsere paladine wohin soll ich wir sind bereit folgt mir vorwärts feindkontakt feindkontakt schnell mir nach und ja wer was so sieht ich habe verstärkt die verteidigung in gefahr ich habe recht wenig heiler befehl vorwärts wohnenkrieger zu mir bleibt standhaft wir sind bereit sind bereits in der luft zu den bögen feindkontakt auf meinen befehl wehrt euch feindkontakt auf mein zeichen sind auf feinde gestoßen runenkrieger zu mir sie sind hier ok hier wird es langsam eng bleibt standhaft vorwärts schwestern wohin soll ich gehen los schwestern und ihr sollt euch nicht zurückziehen ihr sollt kämpfen mir nach vorsicht sie sind hier hey level up der greif wartet schon sind auf feinde gestoßen elend schwingen wie ein pfeil zu den bögen auf der ruf vorsicht sie sind hier erwarte euer kommando ich höre auf der ruf wir sind in gefahr bleibt standhaft feinde zu den bögen vorsicht sie sind hier bereit für den kampf wehrt euch schwestern sind auf feinde gestoßen gebt das zeichen bleibt standhaft feindkontakt einsatz alles klar also werde ich die türme bald fallen elends segen seid auf der hut mein bogen für die rune sie haben es auf uns angesehen feinde zu den bögen bereit mir nach jawohl marschbefehl wehrt euch schwestern ja und das war noch nicht mal gredigans hauptlager hier hier sofort zum angriff sie kreisen uns ein erwarte befehle sie schlagen zu oh sehr schön wir haben 1,2,3,4,5,6 von denen erstmal feindkontakt ja steht nicht so rum tötet irgendwas der greif wartet schon oh da ist mein bogen schwingen wir sind in gefahr feindkontakt ich höre auf der hut sind auf feinde gestoßen sie kreisen uns ein vorsicht sie sind hier wird euch schwestern nein sind auf weite gestoßen durch verfluchen runen sklabel feindkontakt wir sind in gefahr so questbuch aktualisiert um hat es die gegründete ignoriert es sind zu viele weiter die forstenmarschen vorgedrungen bereit und los zu den bürgen wohin soll ich gehen gebt das zeichen verstärkt die verteidigung sie kreisen uns ein wohin soll ich gehen wie der wind sie schlagen zu der greif wartet schon sie sind hier seitdem die reisen und sein der greif wartet schon sind hier erwarte die verneidigung so haut mal feinde zu den bürgen erwarte euer kommando erwarte euer kommando die diener der nacht sind hier Okay, wie viel Heiler habe ich hier noch? Drei Ich höre Dann fehlt da noch ein Heiler Und jede Menge Windschützen Hier kann ich auch erstmal Paladine raushauen Ihr habt gerufen Hier, sofort Schnell Jawohl, alles klar Ich höre Ihr habt gerufen Eilenden Schwingen Gut Weidegen ist Geschichte Oh, neue Elfengebäude Nicht schlecht, nicht schlecht Und auch Elfeneinheiten Hüterin Hüterin war, glaube ich, eine Nahkämpferin Großes Haupthaus und Eisenlager Kleines Haupthaus, mittleres Haupthaus Großes Haupthaus Eisenlager Ja Gepanserte Nahkämpferin mit Langschwert und Schild Benötigt Eisenlager und benötigt Eisen Das Elfen eigentlich gar nicht richtig abbauen können Ja So, und hier ist auch ziemlich viel Zeug Gucken wir mal Kalira Schneeweiß Ohne Krieger Antike Münze Und ein Wisperbeinbogen Weidegen hat ein Malachiden Nicht schlecht Geschärftes Kurzschwert Nee Donnerschlag Dornenschild Auch nicht schlecht Wirdlederbeinlinge Und neutraler Schild Zeichen der Faust Und das Purpur-Banner Yay Ja, das Purpurner-Banner Kehrt mit dem Banner zur Tiernacht zurück Der Verräter war unter Brennigans Gefolge Es ist nur gerichtet Er trug das gesuchte Banner bei sich Aber von der Tür nachs Frau Fehlt Werte jede Spur Das Banner sollte ins Haus Utrans zurückkehren Ja, Klingzogs Beinlinge Das war Flang Gondorsson Der hätte gerne ja das Teil da Also den Malachid Wir haben ein Level Up Kampffähigkeit Zuflucht Eigene Einheit erhält hohe Resistenz Wie schlecht Da brauchen wir jetzt mal unbedingt nicht Die Zone der Heilung Haben wir schon Das hier ist alles Naturmagie Ich würde fast Naturmagie noch Nehmen Statt der anderen Magie Aber erst einmal Noch die Attributs Bitte verteilen Oder ich lasse alles so wie es ist So, das heißt Du musst leider Dein Ding abgeben Mir sieht es mit Runen aus Wir haben Platz für eine weitere Rune Ja, nehmen wir die Bar Den mit dem höheren Level So, dir geben wir mal Ja, auch einen beschlagenen Ringpanzer Am besten erst einmal Guter Lederhelm Die Bahnmaske können wir hier aufdrücken Dann kriegt sie das Ding hier Die Murenschild Das Ding ist langsam Kriegt sie eine Übungsklinge Die ist schneller Und ringmäßig Leerlingsring Und blind vor dem Auge Das ist okay Ja Äh, haben wir noch was Gerade in Wir gucken, was noch an Truppen fehlt Ich höre Sieben Schützinnen fehlen noch Fünf, sechs, sieben Und Paladine, der Rest Okay Ich höre Einsatzbereit Oh, die da kann ich noch plündern währenddessen Weißholzstab Mentalmagiezauber Und Zauberheilung Die werden wir allerdings schon eine Stufe höher haben Und Zauberheilung Zauberheilung